so servus ich muss mich heute mal wieder melden ja heute sieht ja das fährt sehr 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 schlimm aus bedeckt und ja starker wind und bin mal wieder unterwegs zu mcdonald's essen jetzt haben wir eine rote ampel da muss ich halt erwarten wieder und naja mal gucken was es heute noch so gibt an so einen schönen schlechten tag so jetzt stehe ich hinter so einem moped eine yamara und ohne schutzkleidung nicht schlecht jetzt geht es bald los grün und weiter geht's ich werde auf jeden fall nachher gucken ob die straße also der schottenregen wieder geöffnet ist und wenn ja dann geht es los in der aufnahme und jung okay das war es dann wieder bis dann und tschüss